Geben wir mal Gas, ne? Ja! Mein in Castro ist es anders als in Dortmund. Hör ich eigentlich jedes Jahr die gleichen Argumente. Seit fünf Jahren oder so waren wir ein verdammt Roman hier in der liberalen Presse oder seit acht oder so. Ja dann mach doch, ruf doch an und mach fein. Wir brauchen den Groove und damit den Ruckenroll. Ne, mach mal, mach mal hoch. The founding artist is running. I'm ready for the fight with you. Gut. Ja. Nehmen wir, ne? Ja. Wisst ihr, wo ich am Samstag war? Ne. Nein. Im Hoheitsgebiet vom Sagtag von Bückelburg. Was hat der für einen Abstand? Eine Penislehne. Also von dem Plop-Schutz aus würde ich sagen so, ja, 30 Zentimeter vielleicht. Und zwar glauben die, dass der Pharao, der begraben worden ist, ne? Dass der jede Nacht, also bevor die Sonne aufgeht, ne? Über so einen komischen Totensee fährt. Und zwar in Richtung Horizont. Cool. Ja, das ist cool, ne? Ja, den gibt ja... Das gibt's ja eben, genau. Das gibt dann dem Ganzen mehr Sinn, weißt du. Blacken to Horizon und überhaupten to Horizon und so, ne? Das hat dann schon irgendwie Hand und Fuß, würde ich sagen. Das fand ich sehr interessant, die Opferage. Ja, dann machen wir mal weiter, ne? Ja, da...